Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Star Trek Frontiers hat eine Erweiterung mit dem Namen The Return of Khan. Was hier in dieser Box drin ist und was ihr von dieser Erweiterung erwarten könnt, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen liebe Star Trek Fans zum Unboxing der Erweiterung The Return of Khan zum Spiel Star Trek Frontiers. Wer Star Trek Frontiers noch gar nicht kennt, hier oben rechts kommt ihr zu einer Plätorei, die ich jüngst gestartet habe zum Spiel Star Trek Frontiers und da könnt ihr euch gerne anschauen, wie dieses Spiel funktioniert und was ihr gegebenenfalls dann mit dieser Erweiterung zu diesem Spiel hinzufügen könnt. Zusammengefasst ist Star Trek Frontiers ein Mage Knight Spiel im Star Trek Gewand. Das heißt, der Autor Flada Quartil hat mal wieder zugeschlagen und hat sein sehr erfolgreiches Spielkonzept von Mage Knight adaptiert auf das Star Trek Universum, doch mit diversen Regelveränderungen und neuen Features, die natürlich dann direkt in das Star Trek Universum hineinpassen. Auch hier wird das Ganze vertrieben von Witzkits und ist theoretisch ein Spiel für 1 bis 4 Spieler. Über die Erweiterung sogar erweiterbar auf 1 bis 5 Spieler. Da bin ich jetzt gespannt, was hier alles in dieser Box drin ist. Meine Vermutung ist ja, dass The Return of Khan ähnlich fungiert wie bei Mage Knight, die verschollene Legion. Doch ich werde natürlich sehen, was hier alles drin ist. Schauen wir uns ganz einfach mal die Rückseite zu dieser Box an. Auf der linken Seite wieder in Textform wiedergegeben, was hier alles in der Box drin ist. Das war dann hier auf der rechten Seite ein kleiner grafischer Ausblick über die Komponenten. Das war dann ein kleiner Story Text dazu, was jetzt hier thematisch eingefügt wird. Star Trek Fans werden jetzt wissen, wer Khan ist, hat was mit der USS Enterprise in der damaligen Classic Serie zu tun. Beziehungsweise dann über die Kinofilme The Return of Khan mit Star Trek 2. Und dieser wird halt thematisch hier eingefügt. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert mit den ganzen anderen Komponenten, die wir ja schon aus diesem Spiel haben. Und dies finden wir natürlich raus, indem wir ganz einfach mal die Box öffnen. So, Folie weg. Und da haben wir die Schachtel. Und da bin ich ja mal gespannt. Hier sehen wir auch schon die Enterprise A und den Kommando von Captain Kirk. Und wir haben natürlich auch wieder das Erweiterungsbuch mit diversen neuen Sachen, die dann hier in dem Spiel vorkommen. Und natürlich auch neue Szenarien am Ende, die wahrscheinlich auch direkt hier mit diesem Inhalt korrespondieren. Schauen wir uns doch zum ersten Mal die Miniatur an, die wir hier haben. Da haben wir die USS Enterprise Ava A. Im Basisspiel ist ja die Enterprise D zu sehen. Hier haben wir die A und der Kommando von Captain Kirk. Der ewige Rivale von Captain James T. Kirk ist Khan. Und dieser wird dargestellt mit seinem Schlachtkreuz, der Peak Ward. Auch hier gibt es eine Clickbase. Wir kennen das von den Burgwürfeln von Star Trek, dem Basisspiel. Einfach derjenige, der den Pletro gesehen hat. Auch hier wird es natürlich dann diverse Verteidiger geben, die dieses Schlachtschiff verteidigen. Und wir müssen natürlich versuchen, dann Khan zu besiegen in diversen Missionen, die in diesem Regelbuch natürlich auch beschrieben werden. Machen wir weiter. Die Karten, ich würde sagen, die gucken wir uns dann einfach mal ganz schnell durch, was für Charaktere wir hier finden können und was für besondere Aktionsskalen. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das sich dann einfügt. Dann haben wir hier diverse Token. Und dann schauen wir doch einfach mal nach, was wir hier alles finden für Token. Wir haben einmal die Command-Plättchen für die Enterprise-A. Auch wieder mit diversen Erweiterungen nach Hüllenwert und nach Handkartenlimit, je nachdem in welchem Level wir sind. Dann haben wir neue Gegnertypen. Und das sind Dominion-Raumschiffe, die so ähnlich funktionieren wie die Romulanischen Warbirds oder für Mage Knight-Fans die umherziehenden Orks. Das heißt, die werden teilweise auf den Feldern auftauchen und die müssen wir halt besiegen, damit wir ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Und sie werden uns natürlich auch im Weg stehen zu dem Ziel, was wir verfolgen. Und dann machen wir weiter. Und das ist etwas, das habe ich mir schon lange gewünscht. Das habe ich mir vor allen Dingen auch für Mage Knight gewünscht. Und zwar Rundenzählchips. Diejenigen, die meinen Blade-Tru verfolgt haben, ich hatte mir da einen sechsseitigen Würfel genommen, um mir diese Runden anzuziehen, in welcher Runde wir uns befinden. Und jetzt hier mit der Erweiterung gibt es direkte Tokens dafür. Die macht man sich quasi in einem Spann-Dapel. 2, 1, ganz oben startet man quasi mit Runde 1. Und dann nimmt man halt immer so ein Token weg und kann damit die Runden durchstehen. Ist jetzt nicht primär wichtig, dass man das mit solchen Tokens macht. Der Würfel hat genauso funktioniert. Aber ich finde halt cool, dass ich da Witzkitz Gedanken gemacht habe, dass das halt doch schon eine Einschränkung ist, wenn man dauernd überlegen muss, in welcher Runde befindet man sich. Und deswegen hat man halt diese Sachen dazu gemacht. Für Mage Knight hätte ich mir das natürlich auch gewünscht. Machen wir weiter. Es gibt neue Fähigkeiten für die bereits bekannten Sachen. Das sind meistens kooperative Fähigkeiten. Auch hier schlägt wieder Mage Knight die Parallele zur Verschollenen Legion. Auch da wurden kooperative Fähigkeiten mit eingefügt zu jedem der Basissachen dazu. Also hat man noch mehr Möglichkeiten im Spiel. Und dann haben wir natürlich auch noch die normalen Fähigkeiten. Für die USS Enterprise mit der Kennziffer A. Okay, machen wir mal noch weiter. Was haben wir denn hier noch? Wir haben Raumteile. Oh, wir haben doch mal einen kurzen Blick. Hier haben wir die neun umherziehenden Gegner in Form dieser Romulan... Dominion Starships, nicht Romulaner. Okay. Auch hier haben wir eine Dominion Starbase, eine Sonne mit einem Romulanischen Ausposten, Planeten. Und dann haben wir hier auch für, das waren glaube ich alles genau, normale Teile. Dann haben wir die Erweiterungsteile mit einer Boxsphäre. Dann haben wir Trümmerfelder, schwarze Löcher. Auch eine Art Forschungsstation. Die sind aber etwas vielseitiger als die, die wir bisher kennen. Und hier haben wir nämlich drei Möglichkeiten von Daten zu bekommen. Und wir können uns dann aussuchen, welche wir haben möchten. Oh, und das ist was Neues. Ich denke mal, das wird so eine Art Basis sein von unserem Kahn, der dann quasi hier dann loszieht. Aber hier sind ja ganz viele Gegner. Keine Ahnung, wie sich das einfügt. Zumal dieser Planet mir auch noch nichts sagt. Oder ist das eine Boxsphäre? Okay. Bin ich mal gespannt. Und eine Sonne, die hier am Rand ist. Okay. Auch nicht unbedingt hilfreich. Hier unten drunter ist das Gegnerblättchen von unserem Kahn. Auch hier die Parallele zu Mage Knight. Da war es ja der General, der sich da entgegenstellt. Sind die Werte gleich? Nein. Gibt es unterschiedliche Werte? Kann man sich wahrscheinlich dann einen Schwierigkeitsgrad nehmen, ob man diese Seite oder diese Seite haben will. Oder man macht das zufällig. Je nachdem. Muss ich mir natürlich den Regeln dann auch durchlesen, wie dieses Gegnerblättchen zum Einsatz kommt. Was haben wir hier hinten noch? Da haben wir die normalen Markierungstoken für die Enterprise A und das Zugabfolgeblättchen dazu. Und noch einen Datenwürfel und von jeder Farbe noch einen Datenkristall, warum man die jetzt hier mit beifügt. Ich bin der Meinung, man hat genug. Aber okay, haben wir noch etwas dazu. Und okay, damit ist die Schachtel leer. Schauen wir uns mal noch die Karten an, die wir hier in dieser Box erhalten haben. Hier seht ihr alle Karten, die mit Star Trek Frontiers The Return of Khan geliefert worden sind. Und bei einigen Kartendecks habe ich ein großes Fragezeichen. Weiß ich überhaupt noch nicht, wie sich das ins Spiel einfügt. Gibt es auch keine Parallele zum Mage Knight, weil diese Kartentypen einfach dort nicht vorkommen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie halt diese Erweiterung sich ins Basisspiel einfügt. Doch fangen wir erstmal mit den Karten an, die relativ eindeutig sind. Das ist hier unser Schiffsdeck für unsere neue Enterprise, die wir dabei haben. Die Enterprise A als Schiffskarte. Die Fähigkeiten dazu, wie die dann funktionieren im Spiel. Und natürlich die 16 Karten des Basisdecks. Und dann haben wir hier Referenzkarten. Die Romulanische Starbase, die kennen wir schon. Ob die vielleicht modifiziert worden ist, muss ich mal noch angucken. Gleiches gilt für den Klasse-H-Planeten. Das ist neu. Die hatten wir gesehen auf diesem einen Weltraumteil, dass wir hier diese drei Datentypen haben. Dann haben wir hier das Raumschiff des Dominions, wie es funktioniert. Und zum Schluss noch Khans Flotte, wie das Ganze natürlich dann ins Spiel Einzug hält. Wenn diese Miniatur auf dem Brett auftaucht. Ergänzend zu Khan haben wir auch noch eine Referenzkarte für die Piquot. Jenseits des Levels kann man direkt gleich ablesen, was für Gegnertypen dann dazukommen. Efter Clickbase war das halt auch bei den Burgwerfen relativ klein zu sehen. Auf so einer Karte ist das ein bisschen übersichtlicher. Machen wir weiter. Wir bekommen neue erweiterte Aktionskarten. Dann haben wir hier Khan, Logic, Scotty, Pille. Okay. Also alles, was mit der Klassik-Serie zu tun hat oder mit den Star Trek Kinofilmen, mit den ersten, kommt hier hinsichtlich der Porträts zum Tragen. Ergänzend gibt es Undiscovered Cards. Ein paar, die dazukommen. Okay. Das sind immer sehr, sehr mächtige Karten gewesen. Also jemals hatte ich immer den Eindruck gehabt im Basisspiel, dass die Karten sehr, sehr vielseitig sind. Und halt teilweise auch overpowered, je nachdem, welche Karte man hat. Aber sie verschlägen auch jede Menge Daten. Machen wir weiter hier unten links. Hier haben wir Synthesize Data. Die Karte ist im Basisspiel vorhanden und zwar für jede Fraktion. Und des Weiteren gibt es auch die erweiterte Aktionskarte Full Impuls. Ich vermute mal, dass es Korrekturen sind und dass wir hier die alten Karten einfach damit ersetzen sollen. Weil gegebenenfalls irgendetwas da sich verändert hat, was halt sonst nicht vorkommen sollte. Ich denke mal, das wird auch in der Anleitung beschrieben sein, wie diese Karten dann verwendet werden. Ergänzend haben wir nochmal vier Karten, die für die Basisraumschiffe zum Tragen kommen. Ich vermute, auch hier wird wieder irgendeine andere Karte ersetzt werden. Denn in Mage Light war das ähnlich. Da hat man ja eine individuelle Karte gehabt, die für das Spielerdeck vorhanden war. Und dann kam über die Erweiterung eine zweite individuelle Karte. Das könnte hier bei Star Trek Frontiers The Return of Khan ähnlich sein, dass man hier eine andere Karte dafür ersetzt. Kann aber auch ergänzend dazukommen. Werden wir dann in der Anleitung sehen, wie das Ganze dann Einzug hält. Der Tisch wird langsam leerer. Wir haben Referenzkarten für Fähigkeiten. Einmal die von Khan. Auch hier gibt es natürlich für die Solo-Spieler die Möglichkeit, dass wir dann von seinen Fähigkeiten profitieren. Deswegen gibt es auch hier eine Referenzkarte dazu. Und für die neuen Fähigkeiten, diese kooperativen Fähigkeiten für die vier Basisschiffe, gibt es auch eine Referenzkarte dazu, um festzustellen, wie die ganzen funktionieren. Jetzt habe ich noch zwei Decks, wo ich weiß, was das ist. Das sind Crew-Mitglieder, die wir rekrutieren können. Einmal Normale. Gucken wir mal schnell durch, wen wir hier haben. Ura, Chekhov, Zulu. Wrestling, Wrestling Crusher. Hat eigentlich mit der Enterprise A nichts zu tun. Und dann haben wir Körn und Nudak. Okay. Wer ist bei der Elite dabei? Da haben wir auch Scotty. Wir haben McCoy. Wir haben Spock. Beverly Crusher. Diana Troi. Und Kang. Also sehr, sehr interessante Crew-Mitglieder. Und jetzt komme ich natürlich zu zwei Kartendecks, die mir überhaupt nichts sagen. Wir haben nämlich hier auf der linken Seite ein Action-Deck für unseren Kahn. Also alles Porträts von diesem Rival mit diversen, doch recht umfangreichen Texten, die hier draußen sind. Wie das Ganze Einzug hält, da muss ich teilweise jetzt doch erstmal die Anleitung lesen, weil ich denke mal, das wird dann in diesem Spiel Einzug halten, wenn wir direkt gegen Kahn spielen. Und da wird er wahrscheinlich immer eine Karte ziehen, wenn er dran ist und dann das ausführen, was hier drauf steht. Aber das ist reine Spekulation. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Deck funktioniert. Zu guter Letzt noch ein Deck, um Star Trek Frontiers noch variabler zu machen. Denn das ist ein Challenge-Deck. Wir können nämlich den Schwierigkeitsgrad des Spieles dahingehend anpassen, dass wir einfach uns diverse Karten hier ziehen und dann zum Spiel hinzunehmen. Und dann bekommen halt die diverse Sachen immer irgendwelche Bonis. Das heißt, irgendwelche Romulanischen Warbirds kriegen grundsätzlich zum Beispiel jetzt hier ein Schaden mehr. Und dadurch kann man sich natürlich den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr hoch schrauben, je nachdem, was man nimmt. Oh, hier hinten haben wir noch was anderes. Okay, Superior Intellect, Intellect, Intellect. Dreimal diese Karten. Auch da muss ich euch die Antwort noch schuldig bleiben. Habe ich nämlich noch keine Ahnung, wie die sich dann ins Spiel einfügen. Gegebenenfalls, wenn wir direkt gegen Kahn sehen, dass wir ihn auch noch verstärken können. Und ich glaube, es schreit sowieso nach einem weiteren Playthrough zu Star Trek Frontiers. Nicht heute, nicht morgen, aber steck mal aufgrund dieser Erweiterung werde ich hier auf alle Fälle nochmal tätig werden. Liebe Star Trek Fans, und das war das Unboxing zur Erweiterung Star Trek Frontiers The Return of Khan. Sehr, sehr viele Komponenten, die hier drin sind. Wir haben zwei neue Miniaturen, die sehr, sehr schick sind. Wir haben jede Menge Karten, teilweise sogar, die das Basisspiel sehr stark bereichern. Wir haben neue Gegnertypen, wir haben neue Crewmitglieder, wir haben ein Challenge-Deck, wo wir auch den Schwierigkeitsgrad noch erhöhen können. Und wir haben natürlich neue Szenarien, gerade in Bezug auf Khan wird es wieder eine neue Variation zu diesem Spiel geben. Das wird ähnlich funktionieren, wie bei der verschollenen Legion, dass wir dort gegen diesen General angetreten sind, der dort durch die Lande gezogen ist. Das denke ich mal, wird hier Khan ähnlich sein, dass wir versuchen werden müssen, seine Flotte zu besiegen, um erfolgreich zu sein. Doch wie das genau funktioniert, das kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen, weil ich mir die Anleitung noch nicht angesehen habe. Ich weiß also tatsächlich noch nicht, wie die einzelnen Komponenten dann tatsächlich ins Spiel einzukleiden. Natürlich, die ganzen Crewmitglieder erweiterten Aktionen, neue an Discovered Car, die werden dann wahrscheinlich einfach ins Deck hineingemischt und bringen halt noch mehr Variabilität. Aber was die neuen Szenarien angeht, was ja das Herzstück dieser Erweiterung ist, das kann ich euch dann erst mitteilen, wenn ich mir die Anleitung durchgeschaut habe. Und ich denke mal, ein weiterer Playtruck gegebenenfalls mit dieser Erweiterung steht auf alle Fälle im Raum. Wenn ihr es wünscht, einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben, ob ihr euch noch eine weitere Serie zu Star Trek Frontiers wünscht in Bezug auf die Erweiterung The Return of Khan. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video euch einen kleinen Einblick darüber verschaffen konnte, was ihr in dieser Box finden werdet, ob es gegebenenfalls etwas für euch ist. Wenn ihr schon das Basisspiel habt zu Star Trek Frontiers, dann überlegt ihr vielleicht, ob ihr die Erweiterung euch holen werdet oder nicht. Ist auch nicht allzu leicht zu bekommen. Meist muss man das international bestellen, weil es auf dem deutschen Markt einfach nicht so oft verkauft wird, da das Spiel halt komplett in Englisch ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben unter diesem Video. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!